Hey Leute, öfters mal werde ich gefragt, Skate, wie nimmst du eigentlich Minecraft in HD, also ohne schnervige schwarze Balken auf? Nun, dafür gibt es ein paar Tricks, die drei besten Möglichkeiten, die sich so in der Zeit für mich rauskristallisiert haben, möchte ich euch heute zeigen. Zuallererst, wer nicht weiß, wie Minecraft mit schwarzen Balken aussehen kann, guckt jetzt in die Videobeschreibung, dort gibt es einen ganz alten Minecraft-Part von mir, der ist schon über eineinhalb Jahre alt, denke ich mal. Und dort könnt ihr nachsehen, wie das Ganze denn aussieht, mit schwarzen Balken oben oder unten, wenn man denn falsch aufnimmt. Wie man das Ganze behebt, zeige ich euch heute. Die Möglichkeit Nummer 1, die sich auch für mich so rausgebildet hat, ist, dass man Minecraft nicht über den normalen Minecraft-Launcher startet, sondern über ein anderes Programm, das sich da nennt Magic Launcher. Das ist vom selben Ersteller, der auch den Supermod Optifine erstellt hat. Und wie es mit dem jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir gehen auf Setup, dann öffnet sich ein neues Fenster, in dem wir unter anderem auch Mods installieren können. Das zeige ich euch aber in einem anderen Tutorial und gehen hier rüber auf Advanced. Jetzt sehe ich gleich als allererste Einstellung die Windows Size. Die könnte man jetzt auf 1280x720p, also die HD-Auflösung, stellen oder auf 1920x1080p für Full-HD. HD habe ich aber nicht gemacht, ich habe ein kleines bisschen mehr hinzugefügt. Warum? Nun, dieser Platz hier oben und an der Seite vom Fenster wird mit einberechnet. Sprich, man muss den wieder rausrechnen, indem man die Zahlen ein bisschen erhöht. Sprich, wenn ihr den Magic Launcher verwendet und 1300x758px dort eingeht, habt ihr ein perfektes HD-Fenster, das ihr nachher am Schluss mit Fraps zum Beispiel aufnehmen könnt und genau die richtige Video-Größe habt. Das ist die erste Möglichkeit, die ich momentan jetzt auch schon für viele, viele Videos verwende. Bevor ich diese Möglichkeit hatte, habe ich mit dem Minecraft Sizer gearbeitet. Das ist ein Tool, das von TGN bereitgestellt wird und zwar im Rahmen der TGN Handbooks. Links auch in der Videobeschreibung oder auf der TGN-Seite tgn.tv. Dort gibt es einen Link, den ihr auch in der Videobeschreibung findet, Get Minecraft Sizer, und dort könnt ihr euch dieses kleine Tool herunterladen. So was macht es, ein kleines Fenster geht auf, dem ihr einstellen könnt 720p oder 1080p. Sprich, ihr habt euer Minecraft auf, das sieht dann so aus, wählt den Sizer aus und klickt auf 720p. Und zack, das Fenster wird automatisch verbessert und zwar auf genau HD-Auflösung. Funktioniert genauso, ist auch eine nette Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit für mich ist, wenn ihr in Fullscreen aufnehmen wollt, also nicht Minecraft im Fenstermodus, wie die letzten zwei Möglichkeiten. Dafür könnt ihr den Mod Optifine Installation auch in einem anderen Tutorial-Video verwenden. Und zwar, indem ihr Optifine installiert als Mod in Minecraft, dann auf Optionen geht, auf Video Settings, auf Other. Und dann habt ihr die Fullscreen-Option. Wenn ihr F11 drückt, kriegt ihr Minecraft, wie ihr sicherlich wisst, in den Fullscreen, und zwar normalerweise in der Standardauflösung von eurem Bildschirm. Mit der Fullscreen-Option könnt ihr allerdings sagen, in welcher Auflösung das Ganze sein soll, zum Beispiel, wie hier schon eingestellt, in HD. Das ist also für alle, die gerne im Fullscreen zocken und keinen Bock haben, Minecraft nur, um es in HD aufzunehmen, zum Beispiel auf einem Full-HD-Bildschirm, immer im Fenstermodus spielen zu müssen. Das sind so die drei Möglichkeiten, die richtig gut sind, die für mich auch taugen, die ich auch schon alle drei ausprobiert habe. Und ja, letztlich bin ich beim Magic Launcher hängen geblieben nicht, weil das TGN-Tool irgendwie was weniger konnte, sondern einfach deswegen, weil mich der Magic Launcher eben auch wegen der Mods-Installation sehr interessiert hat. Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn euch gefallen hat, freue ich mich immer über einen Daumen hoch oder über einen Kommentar. Und ansonsten noch viel Spaß mit diesen Möglichkeiten und vielleicht auf viel mehr gute HD-Videos von Minecraft. Dankeschön fürs Zusehen, euer Skate702. Ciao! Ciao!